Herzlich Willkommen zur 171. Folge Simotanz. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So und ich würde jetzt sagen, wo haben wir denn unsere Zuckerfabrik? Zuckerrübenbauer war der hier oben. Und die Zuckerfabrik. Ach, die war im Buch halt, da war ja was. Wo war sie denn? Hörst du das? Ne. Fischerbruch. Da ist sie. Ne. Da ist sie, Zuckerfabrik. Möchte ich. Alter, Sex. Ach so, guck mal, die hat sogar noch ordentlich was drin. Das heißt, die brauchen wir die Zuckerfabrik erstmal nicht anzuschließen. Dann sollten wir uns vielleicht erst mal um die Bäckerei. In den Jahren, komm mal. So, wie sieht das allgemein hier aus? Eigentlich. Au. Hier ist gar kein Platz mehr hier reinzukommen. So. Zu. 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 Die ganzen will ich dann auch nicht wissen. So, es geht jetzt um die Bäckerei. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Der Weg ist nicht ganz so weit. Das heißt, das ist hier die 2, 3, 4, 3. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier unten unter reingehen. Bäckerei kannst du mal nach unten gehen. 1, 2, 3, 4. Das ist der linke. Das heißt, wir müssen da rein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. Das war's, wir haben da. Das war's, wir haben da. Das war's, wir haben da. 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14, 14, 14, 14 noch. So, hallo Frau Bäckerei. Da braucht man Auswärtsignale. Gut, dann müssen wir mal gucken. Oh, 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 oh. Kommen wir da genau drauf zu? Habe ich das so geil berechnet, dass es genau passt? Wahrscheinlich nicht, dass es wieder um einversetzt, ne? Natürlich ist es um einversetzt. Aber dann würde ich behaupten, dass wir das Ding natürlich um einversetzen. Das ist das Ding. Das ist das Ding. 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 Dann brauchen wir noch Strom drauf. Dann brauchen wir noch Strom drauf. Dann haben wir den schon mal am Netz dran. Das ist die... Ah, nee, warte mal. Das sind die Personenlinien. Wir können nicht an die Personenlinie rangehen. Das wäre fatal. Wir müssen hier an den hier angehen. Da hätte ich fast einen Fehler gemacht. Das wäre fatal gewesen. Wir bauen extra alles um, damit ich hier alles wieder neu bauen kann. Genau. Genau. So gehen wir ran. Und dann werden wir hier vom Getreidehof... Wo ist denn die Mühle? Da. Wir müssen als erstes Eier anschließen. Das heißt, wir brauchen als erstes den Geflügelhof hier oben. Was ist denn da passiert? 1, 2... 1, 2... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2... 1, 2... So, Herrfrau von und zu Geflügelhof. warum okay nicht darum ist doch gar nicht drin ich frage es ob er noch anschließen das sind personenlinien wir haben hier nehmen wir die dargeberte linie schließen das über darüber dann noch darüber fährt ja nicht ganz so aber da ist schon so viel drauf bauen wir noch eine extra linie hin könnten linie hier rum ich glaube das ist auch ich glaube das ist auch die beste option wir bauen da eine komplett eigenständige linie hin ein plus kann so 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 das wäre natürlich jetzt immense kosten werden die menze unterhaltskosten aber so wie grundsätzlich egal sein weil dann kümmern mich die müde damit anschließend wo wird man sagen wir gehen unten rum ja wir gehen unten rum ja wir gehen unten rum wo können wir an dem feld gehen wir runter an tor grimm vorbei tor grimm wird eingeschlossen von einer güterlinie wobei es aber nicht noch genug platz ist das die oder wir sind schon hier so wenn wir jetzt schon hier unten sind dann nehmen wir uns die linie hier auch mit ich denke mal die linie wird uns locker an baukosten und so weiter und so fort fünf millionen gehe ich jetzt mal ganz schnell davon aus mit signalen und sowas kommt gut hin ja wir gehen jetzt erstmal hier raus bis zum nächsten bis zum nächsten teich fünf millionen kommt das mit millionen hin jetzt wird er schon bestimmt eine millionen die einnahme rauscht uns gerade massiv ab weil im moment einfach nichts mehr angefordert wird das heißt wir werden das ziel wahrscheinlich bei weitem nicht halten können ach guck mal wir kommen jetzt beim geflügelhof auf der anderen seite aus dann ist es auch in ordnung dann sparen wir uns das ja alles ein und gehen auf die andere seite raus so geht eh nicht weil irgendwas nicht richtig angeschlossen ist ja was an die strecke ja weil wir das irgendwie alles angeschlossen haben dann 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 mehr stellplätze für unsere hüge kurzer schockpunkt dachte jetzt kommt ein einsatz rein aber nein war kein einsatz war nur wieder jemand schreibt nicht welche gruppe das typische wieder heute müssen das zeug hier wo willst du hin holz stahl nach kfz fabrik was ist mit der kfz fabrik los naja offenerie kfz fabrik ist jetzt müll fabrik an der kfz fabrik war hier irgendwo was ist denn da los produzieren aber nicht genug so also wir gehen jetzt hier hinten hoch nach dahin das heißt wir brauchen aber den tierfutter produzierten und den tierfutter produzierten um 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 ich glaube die tierfutter sachen bringen wir direkt hin dann würde ich sagen ich bedanke bis zum nächsten mal und tschüss